So, dann brauchen wir tatsächlich jetzt noch mehr von den Raw-Matten. Dann verbrauchen wir Sheep-Essence. Ich glaube, wir haben noch hier in The Last Millennium unsere gesamten Crop-Farm. Stichwort Crop-Farm. Warum regnet denn das hier? Wollten wir... Oh, das sind Wither. So. Können wir mal Sheep. Sheep, 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 Sheep. So. Die Sheep-Essence mit exportieren. So. Und theoretisch müssten wir... Auch... Achso. Theoretisch müssten wir dafür auch schon ein Deep Storage Unit angelegt haben. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt mal beeilen, dass ich wieder nach Hause komme. Können wir nämlich gleich mal nachschauen. Ähm... Wups. Äh, dahin würde ich ganz gerne. Danke. Schwupp. So. Schauen wir mal. Sheep. Sheep. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Sheet. Ähm... So. Ich brauche einen Storage-Bass. Storage Boost. Ups. Äh, so. Dann brauche ich eine Sheep... Sheep-Essence haben wir da. Aber was ist das denn? Arrows? Ich freue mich zwar gerade, wenn wir unsere ganzen Arrows hin sind, aber das ist eine andere Sache. So. Sehr schön. So. Ich musste dir auf irgendeine Priority setzen. Genau. Priority 2000. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber... Naja. So. Dann... Gehen wir jetzt wieder nach oben. Sheep-Essence. Äh, Sheep-Sheep-Sheep-Sheep-Sheep-Sheep-Sheep. Äh... So. 46. Ja, gut. Das reicht erstmal für den Anfang. Ah. So. Und ihr seht. Diese Crafting-Table nimmt uns so viel Arbeit ab. Ah. Das ist einfach göttlich, dass es diese Teile gibt. So. Schauen wir mal. Neutronium. Wie schaut's aus? So. Zehn weitere Nuggets für uns. Oh. Da können wir so eine tolle Blume von machen. Für Botania haben wir allerdings nichts mit am Hut. Wobei, wartet mal. Ich bin mir gerade... Brauchen wir nicht Terras-Til? Ne, brauchen wir tatsächlich nicht. Ha! Umso besser. Ähm. Ich war der Meinung, wir brauchen davon noch was. Aber okay, gut. So. Das Ultimates-Do brauchen wir noch. Ähm. Ja. Das ist ganz viel Pam-Service-Craft. Normalerweise würde diese Seite noch viel länger sein. Also die ganze Seite wäre voll mit irgendwelchen Gerichten. Ich habe das, äh, mal zusammengekürzt gehabt. So. Aber das ist, glaube ich, alles etwas, was wir mit... Ich muss mal schauen. Kaktusfrucht. Wo kriege ich die her? Hm. Da müssen wir tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen auf die Suche mitgehen. Meine blöde Frage. Warum ist hier Sand im Rezept? Na, ist ja wurscht. So. Wir brauchen Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Ähm. So. Glistering. Okay, gut. Bacon Mushroom Burger. Bacon Cheese Burger. Okay. Guck. Ähm. Okay. Cheese. Uiuiuiui. Da wartet auf alle Fälle noch ganz viel Auto-Crafting für uns. Ähm. 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 Elektronium? Hahaha. Oh, das geht so herrlich schnell. Auch wenn es immer noch unsagbar lange dauert. Äh. Aber die Tortorinos und die Anzahl der Neutronen-Kollektors machen es möglich. Muss wir eben ganz kurz gucken. Ähm. Die Collectors, waren die jetzt eigentlich auch über... Ach ja, verdammt Wahnsinn. Ähm. Aber theoretisch könnten wir doch da noch eine Reihe hinsetzen. Eigentlich. Könnten wir hier eine ganze Reihe hinsetzen. Nyaaau. Auffallen wird das Ganze auch nicht, weil die Essence Block, die können wir ja als Conduit-Fassaden tarnen. Das wäre OP. Das wäre richtig OP. Ähm. Ähm. Oder allerdings, wir setzen die hier nach oben. Aber wir haben hier sowieso so einen langen Gang, wo nichts passiert eigentlich. Aber wir werden jetzt mal... Wartet mal. Danke. Boah. Geht mir das auf den Sack, wenn ich... Weißt du, vor und zurück komme ich voll schnell. Aber bloß nicht rauf und runter. So. Ähm. War hier noch irgendein Loch nie, ne? Aber ist ja auch wurscht. Sieht trotzdem immer noch geil aus. So. Mal haben wir jetzt bedenken, dass wir hier unten unsere Neutronium-Kompressoren haben. Bums. Hallo, komm mal her. Bums. Tot. Bums. Tot. Haha. Macht Spaß. So. Ähm. Wir werden uns jetzt aber mal auf die Suche nach einer... Ah. Wisst ihr noch? Damals haben wir unsere ersten Unstable Ingots gemacht. Ja, genau. Guck mal, du erinnerst dich auch noch dran. Auf jeden Fall hast du dich bis eben dran erinnert, weil jetzt bist du dort. So. Ähm. So. Wir werden uns jetzt mal eben auf die Suche nach einer Wüste machen. Beziehungsweise Pumpkins braucht man, glaube ich, auch, ne? Oh. Pumpkins sind aber auch nett. So. Bäh. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut, ist gut. So. Da unten sind Kühe. Hier haben wir ein bisschen Schnee. Ähm. Dam, da, 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 dam, da, 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 da. Oh, können wir eigentlich jetzt... Ist das Eis auch? Ne, natürlich nicht. Na ja, war auch zu schön gewesen. Da, da. Und so viele bunte Blumen hier überall. Ui. Das ist aber ein netter Berg hier. Was ist denn das, was da drauf ist? Grasblock. Ja, so sieht es aber jetzt hier unbedingt nachher aus. Aber okay, gut. Lassen das... Oh, das sieht geil aus. Volcano heißt die... Heißt das Biom? Aha. Sieht lustig aus. Sieht, sieht auf alle Fälle wirklich sehr, sehr lustig aus. So. Ich hätte überstellen aber hier die ganze Blumen, ja. Boah. Halt mir mal ein bisschen ab hier. Das ist so übertrieben. Ähm. So. Das ist auch Dirt. Und das ist... Ja. Mytilium. Oh. Pasch schon, pasch schon. Oh. Hallo. Mu. Mu. Komm her. So. Ähm. Wir könnten... Wir könnten... Wir könnten... Oh Gott. Wir könnten... Achso. Wir könnten... Die ganzen Lootbags könnten wir auch mal auf die Whitelist setzen. Ähm. Das werden wir gleich mal machen. Weil dann gehen wir die nämlich auch nicht mehr auf den Zeiger. So. So. Epic. Rare. Legendary. Was anderes brauchen wir nicht. So. Magnet Card. Nein. Nicht dich selber. Dich selber kommt, glaube ich, nicht so gut. Das endet irgendwie gefühlt nur in einer Katastrophe. Plopp. Plopp. Sehr schön. So. Ähm. Los. Stepp mal alle schon für mich. Danke. Oh. Ich will den Pilz abbauen. Pops. 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 Ups. Alter Schwede. Übertrieben? Ja. Unnötig? Nee. Niemals. Ähm. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach einer Wüste. Äh. Laden. Bitte. Danke. 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 So. Was ist das? Das Dreck hier. Ja. Ähm. Ähm. Hier haben wir. Das ist so krass. Pops. Hallo. Na. Ah. Ich bin mal weg hier. Da. Da. Ähm. Schubdi-dubdi-dubdi-dub. Wieso habe ich hier nirgends. Eine Wüste. Sag mal. Was ist denn das? Laden. Hallo. Machen. Alles klar. Wir gehen jetzt zurück. Das wäre jetzt so doof hier. Da. 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 Ganze Scheiß da mal reinschmeißen. Ja. Mal absetzen. So. Ähm. Ja. Im Prinzip großartig was anderes machen kann man noch gar nicht. Weil uns fehlt das Neutronium. Ähm. Das ist so. Das einzige Manko was wir gerade haben hier. Äh. So. Können wir da nochmal reinschmeißen. Freut sich hier zumindest der Kompressor. Wobei eigentlich auch nicht. Weil er hat keine Blöcke. So gesehen. Äh. Ja. Da war das hier alles noch. Wir könnten. Hier nochmal ein paar Reds. Äh. Von den Toscharinos welche hier hinpacken. So. Weil die stacken ja auch. Zumindest der Effekt davon stackt. So. So. Alles klar. So. Eigentlich drei. Fünfmal. Sollte reichen. Oder? Vom Radius her. Eigentlich ja. ne. Ja. Aber das ist doof. So. Wir machen tatsächlich die neuner Radius. Und dann überlappt das mehr. So. Darf stehen geblieben? Äh. Die hatten wir schon. Aber hier. So. Problem ist nur. Die Frames verabschieden sich jetzt wieder. So ein bisschen. Das ist aber durchaus verkraftbar. Denn. Ich werde sowieso gleich Aufnahmen stoppen. machen. Muss ich den ganzen Kram hier erstmal verarbeiten. So. Ihr seht. Wie schnell das jetzt geht. Wir werden das jetzt hier einfach laufen lassen. Weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich das auch über Nacht laufen. Ich bezweifle es zwar. Aber. Äh. Mal schauen. So. So. Ui. Das geht so schön schnell. Haha. Das gefällt mir richtig. Ach ja. So. Ähm. Dann will ich hier nochmal welche machen. Yay. Haha. Cool. Äh. Neutron. So. Ach seht mal. Haben wir Mob Souls eigentlich jetzt? Nö. Tatsächlich haben wir sie nicht. Das ist blöd. Das ist richtig blöde. Aber okay. Unsere Red Matter Blöcke. Die steigen auch noch. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Ähm. Jetzt kriege ich Schluck auf. Das ist doof. Äh. 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 Das geht so schön schnell. Das geht eigentlich im Sekundentakt. Dam. 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 Da. Da. Dam. Was passiert jetzt eigentlich wenn ich? Nichts. Pff. Inventory sortieren geht nicht. Das ist gut. Äh. Seht ihr. Wir können da nochmal ein bisschen Schaffdings reinmachen. So. Raw Pork Shop. Raw Beef. Raw. So. So. Guck mal. Umso mehr haben wir davon wieder. Dill. 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 Oh yeah. So. Ähm. Haben wir sonst noch irgendwas tolles was wir jetzt gerade machen? Können. Ich glaube nämlich nicht. Da würde ich nämlich so sagen. Wir machen erstmal. Wo ist mein Items Locator? Da ist er ja. Habt ihr schon vermisst Kleiner? So. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? Im Prinzip. Habe ich nichts mehr zu sagen. Denn wir müssen warten. Aber das sag ich glaube ich schon seit drei Minuten. So. Und wie gesagt. Falls euch die Folge gefallen hat. Daumen hoch. Abonnieren. Kommentieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios Amigos. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.